Hallo, wir bereiten heute Häschenbrust mit Reis im Gemussesuch. Kamelkoch bitte Reis im Salzwasser. Ich schneide jetzt das Fleisch in Würfel. Schon gemacht. Ich brate jetzt Häschenbrust in der Pfanne an. Ich kann das Gemussesubereiten. Ich kann das Fleisch in Würfel. Ich kann das Fleisch in Würfel. Guten Appetit! Ich kann das Fleisch in Würfel. Ich kann das Fleisch in Würfel. Ich kann das Fleisch in Würfel. Ich kann das Fleisch in Würfel.